Guten Tag, mein Name ist Jürgen Steinauer und als Produktmanager im Hause Kniebex möchte ich Ihnen heute unsere neue Quickset-Cobra vorstellen. Die Quickset-Cobra erkennen Sie sehr schnell am roten Ring um den Druckknopf. Nun wird der eine oder andere sich fragen, haben die denn bei den Veränderungen an der Cobra von den hervorragenden Eigenschaften, die von der Cobra bekannt sind, auch die alten guten Eigenschaften beibehalten? Ja, kann ich Ihnen versichern, haben wir. Die neue Quickset-Cobra hat auch die hervorragend gehärteten Greifzähne, sie hat auch die feine Einstellbarkeit am Werkstück und sie hat die bewährte Druckknopfverstellung, mit der man die Einstellung am Werkstück direkt sehr schnell vornehmen kann. Was ist denn jetzt bei der Quickset-Cobra neu? Nun, das Wichtigste ist die Quickset-Funktion, deswegen heißt sie ja so, nachdem ich den Druckknopf betätigt und die Zange ganz geöffnet habe, kann ich sie auch von hinten am Griff gehalten gegen das Werkstück zuschieben. Und jetzt zeige ich Ihnen noch etwas zu den besonderen Eigenschaften dieser Quickset-Verstellung. Bei sehr gut zugänglichen Verschraubungen haben Sie die Wahl, ob Sie per Knopfdruck am Werkstück einstellen wollen oder ob Sie durch Zuschieben der Zange am Werkstück einstellen wollen, nachdem Sie diesen Mechanismus durch vollständiges Öffnen aktiviert haben. Es gibt nun aber Situationen, wo das nicht so einfach ist, mit dem Zuschieben per zugehaltenem Druckknopf, nämlich immer dann, wenn Ihnen irgendetwas im Weg ist oder Sie in enge Verhältnisse nicht reingreifen können oder Sie Ihre Hand dafür mächtig verbiegen müssen. Dann hat dieser Quickset-Mechanismus einen unschlagbaren Vorteil. Zange geöffnet, Zange ans Werkstück gelegt, am Griff gehalten und zugeschoben. Das kann nur die neue Quickset-Cobra. Eine der hervorragendsten Eigenschaften der Knepex-Cobra ist ja der Selbstklemm-Effekt. Ich zeige Ihnen nochmal, was wir darunter verstehen am Demo-Teil. Per Knopfdruck geöffnet, Außenschenkel am Werkstück angelegt und Innenschenkel gegengeschoben, Knopfdruck eingerastet, Zange belastet, beißt sich am Werkstück fest und ich brauche keine Gegenkraft am unteren Schenkel mehr, um mit dieser Zange kräftig drehen zu können. Kann die neue Quickset-Cobra das auch? Nun, sie macht es etwas anders. Ich öffne die Zange komplett, lege den Außenschenkel wie gewohnt am Werkstück an, lasse meine Hand auf dem Griff und schiebe die Quickset-Cobra zu. Sobald sie Kontakt mit dem Werkstück hat, rastet der Gelenkbolzen ein. Er verschiebt sich dann auch nicht mehr in dieser Position, bis ich da wieder draufdrücke und ihn verschiebe. Will ich jetzt natürlich nicht, weil ich ja die richtige Position habe. Und sobald ich anfange zu drehen, hält auch diese Cobra selbst am Werkstück fest. Die Zange greift fest dieses Werkstück. Ich verlasse mich auf diesen neuen Mechanismus genauso wie auf den alten und zeige Ihnen das mal, indem ich mich auf diesen Demoständer draufstelle und damit keine Zusammenpresskraft der Griffe mehr ausüben kann. Und Sie sehen, dass die Zangen problemlos mein nicht gerade kleines Gewicht tragen. Sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020